Wie versprochen habe ich jetzt die ganzen hellen Konturen aus dem Bild allesamt entfernt und dazu blende ich nochmal hier diese Ebene mit den Korrekturen aus und man sieht, das waren vorher die ganzen hellen Linien, hier sind sie komplett verschwunden. Alles mit Hilfe des Kopierstempelwerkzeugs und auf die Art und Weise können wir die Laterne guten Gewissens auch wirklich verwenden und auf unser Mehrbild ziehen. Dazu entferne ich jetzt erstmal hier den Hintergrund, markiere hier die beiden Ebenen, drücke STRG und E und habe damit die beiden Ebenen zu einer Ebene zusammengefasst. Die benenne ich jetzt auch um in zum Beispiel Lampe und ziehe diese Ebene bzw. die Lampe rüber auf unser Bild, platziert am Horizont. Auch eine schöne Composing-Idee, aber allerdings wird es jetzt in diesem Fall nicht dazu kommen. Gut, was machen wir mit einem Bild, was wir auf ein Bild platziert haben als allererstes? Genau, wir drücken mit der rechten Maustaste hier auf einen freien Bereich der Ebene und wählen in Smart Objekt konvertieren aus. Immer, jedes Mal, ohne Ausnahme. Dadurch gewährleisten wir die höchste Bildqualität, wenn wir das Bild skalieren oder bzw. auch wenn wir das Objekt skalieren. Das machen wir nämlich jetzt sofort. Ich mache diese Laterne kleiner und platziere sie genau dort, wo ich sie haben will. Wie vorhin schon gesagt, eigentlich wäre jetzt gar nicht so viel Aufwand nötig gewesen, um diese ganzen hellen Konturen zu entfernen, weil das Bild bzw. Laterne im Vergleich zum Gesamtbild eh sehr klein ist und da fallen dann diese hellen Linien wahrscheinlich gar nicht so auf. Aber wer weiß, was man auch vielleicht mal in Zukunft verwenden will. Vielleicht braucht man noch mal eine Laterne und dann hat man eh schon da alles schön freigestellt und ich bin da eh jemand, der da genauer arbeitet. Gut, jetzt haben wir die Laterne auf dieser Bank platziert, gedreht. Ich zeige euch das nochmal. Also STRG T hier oben verwandelt sich dann der Mauszeiger in so einen Doppelpfeil, mit dem man das dann bewegen kann. Und was uns jetzt auffällt, die Laterne befindet sich gerade vor dem Bootsmann, also zumindest aus unserer Sicht. Und das soll so natürlich nicht sein. Es gibt jetzt zwei verschiedene Varianten, um dem entgegenzuwirken. Erstens könnten wir jetzt den kompletten Arm des Bootsmannes freistellen und über die Lampe legen, so dass die Lampe wirklich hinter dem Bootsmann erscheint. Oder wir machen einfach eine Maske bei dieser Lampe und maskieren hier diesen Bereich einfach weg. Und da mag der ein oder andere sagen, ja, aber was ist, wenn ich die Laterne nochmal bewegen will, dann ist sie rechts abgeschnitten. Das ist doch doof. So, da zeige ich euch jetzt mal was. Und zwar mache ich jetzt einfach mal eine Maske mit Klick auf dieses Icon, wähle dann eine schwarze Vordergrundfarbe, hier habe ich gerade weiß, also drücke ich X, und male hier auf der Maske, die Maske muss aktiviert sein, diese Bereiche weg, die ich nicht will. Ich zoome mal ein bisschen rein. So. Hier weiß ich zum Beispiel nicht, okay, wie weit geht der Ärmel, also male ich ein bisschen drüber. Und wenn ich jetzt X drücke, kann ich ja dann wieder mit weißer Vordergrundfarbe Bereiche zurückmalen. Und so sieht das gut aus. So, jetzt habe ich die Laterne nach hinten verfrachtet. Und natürlich kann man jetzt zum Beispiel die Ebene nehmen und bewegt sie nach rechts oder nach links. Und tja, die ist tatsächlich abgeschnitten. Mensch, da hatte der Mensch ja wohl recht. Hm. Aber Leute, schaut mal hier. Dazwischen, da befindet sich eine Art Kettensymbol. Was könnte das bedeuten? Ich klicke einfach mal drauf und schon ist das Kettensymbol verschwunden. Und jetzt bewege ich die Laterne nochmal mit den Pfeiltasten. Und wie man sieht, ah, okay, die Maske bleibt erhalten und ich kann die Laterne immer noch bewegen. Wunderschön. Denn wir haben dadurch das Bild von der Maske entkoppelt. Das heißt, wir können jetzt beides separat bewegen. Auch die Maske. Wenn ich die Maske anklick und bewege, dann bewegt sich halt die Maske. Macht in diesem Fall zwar keinen Sinn, aber so habe ich zumindest mehr Spielraum für das Bewegen des Objektes. Und je nachdem, wie ich es bewegen will, muss ich natürlich die Maske dann nochmal ein bisschen anpassen. Aber in dem Fall reicht das so völlig aus. So, das war jetzt der Part zu dem Platzieren der Laterne. Jetzt wollen wir noch ein bisschen den Kontrast anpassen, weil der Kontrast der Laterne ist schon ziemlich gering im Vergleich zur Umgebung. Und dazu klicken wir jetzt die Lampenebene an und wählen hier Gradationskurven aus. Da öffnet sich dieses Dialogfenster und dort sehen wir dann diese Diagonale. Im Hintergrund sieht man ein Histogramm. Und ich sage euch ganz kurz, in kurzen Worten, was das bedeutet. Hier befinden sich alle dunklen Pixel bzw. Bildinformationen im Bild. Rechts die weißen Bereiche in der Mitte, die gräulichen Bereiche. Das sind also die Mittelwerte. Und wie man hier an der Verteilung sieht, gibt es hier sehr wenige total schwarze Pixel, sehr wenige total weiße Pixel, dafür aber sehr viele gräuliche Pixel. Und diese grauen Pixel bzw. diese Mittelwerte, die wollen wir erstmal festlegen. Dadurch klicke ich einmal hier drauf. Das ist im Grunde als würde ich jetzt ein Nagel reinschlagen. Und da bewegt sich erstmal gar nichts, es sei denn, ich bewege das ganz bewusst. Nun klicke ich jetzt hier in diese Mitte mal hinein und ziehe es ein bisschen nach oben. Dadurch mache ich Bereiche im Bild heller. Ja, und dann bewegt sich das auch alles wie so eine S-Linie ein bisschen. Das heißt, ich ziehe das hier ein bisschen nach oben, das hier ein bisschen nach unten. Dadurch werden die dunklen Partien dunkler. Und wie man sieht, wirkt sich das alles aufs gesamte Bild aus. Durch diesen Klick auf dieses Augensymbol, wenn ich gedrückt halte, sehe ich vorher, nachher, vorher, nachher. Und das soll sich natürlich nicht aufs ganze Bild auswirken. Das heißt, ich kann jetzt wieder, wie vorhin, eine Schnittmaske erstellen. Und zwar gibt es dafür direkt in diesem Dialogfenster hier unten dieses Symbol für die Schnittmaske. Da drücke ich drauf. Und schon wirken sich alle Änderungen wirklich nur auf die Lampe aus. Man sieht hier an diesem kleinen Pfeil, aha, hier wurde eine Schnittmaske erstellt. Kann ich natürlich mit gleichem Klick wieder rückgängig machen. Aber auf die Art und Weise spare ich mir diesen Klick mit Alt-Taste zwischen den beiden Ebenen. So. Was sich auch auswirkt, wenn ich jetzt den Kontrast verändere, ist die Farbsättigung. Also die Farbsättigung verändert sich. Wenn ich das richtig nach unten ziehe, wird das Braun hier richtig rostig. Und das soll nicht passieren. Wie mache ich das? Ich klicke nochmal, wie gesagt, diese Gradationskurvenebene an und wähle hier in den Ebenenmodi den Ebenenmodus Luminanz aus. Das heißt, die Veränderungen wirken sich jetzt nur auf die Helligkeitsinformationen des Bildes oder dieser Lampe aus, nicht auf die Farben. Das heißt, wenn ich das nochmal hier runterziehe, wird es zwar dunkel, aber die Farben werden nicht kräftiger. Das macht auch bei vielen anderen Bildern Sinn, wenn man Kontrast erhöht, dass dann nicht automatisch auch noch die Farben verstärkt werden. So, das heißt, ich passe das jetzt mal so an, dass es zum Rest passt. Nie übertreiben. Ich weiß, Übertreibung geschieht sehr oft. Manchmal sollte man dann einfach mal bewusst auch nochmal zurückrudern. Aber so dürfte es eigentlich einigermaßen gut ausschauen, beziehungsweise so sieht es gut aus. Und die ganzen Farbinformationen, ja, beziehungsweise wenn ich später noch die Farbstimmung des Bildes anpasse, dann integriert sich die Lampe noch weitaus schöner ans restliche Bild. Und im nächsten Tutorial zeige ich euch, wie wir diese Lampe zum Scheinen bringen. Es werde Licht. So könnte man diesen Tutorial-Abschnitt bezeichnen, denn in diesem Video möchten wir die Laterne so richtig zum Leuchten, zum Glühen bringen und damit einen schönen Kontrast schaffen zum ansonsten eher kühl-bläulichen Look dieses Bildes. Wenn wir uns hier noch die Maske vorstellen, auch sie wird von blau dominiert sein, so stellen dann halt auch das Männchen und die Laterne einen schönen Kontrast zum Blau dar. Orange ist ja auch die Komplementärfarbe zu Blau. Und auf die Art und Weise schaffen wir einen schönen, angenehmen und warmen Blickpunkt im Bild, der als Kontrast gilt. Wie bringen wir jetzt diese Laterne zum Leuchten? Wir befinden uns hier schon in der Gruppe Lampe, die habe ich zwischenzeitlich erstellt und Lampe genannt. Dort gehen wir hinein und klicken die oberste Ebene an. Wir wollen jetzt eine Farbfläche-Ebene erstellen. Deswegen wählen wir die oberste Ebene aus, damit die neue Ebene darüber erstellt wird. Würde ich jetzt diese Ebene anklicken und hier über das Icon eine Farbfläche erstellen, würde die hier zwischen platziert werden. Das wollen wir nicht. Also klicken wir die oberste Ebene an, wählen dann hier Farbfläche aus. Ja, da war jetzt wohl der weiße Hai inzwischen da, aber wir machen trotzdem weiter. Macht überhaupt gar nichts. Also ich bestätige jetzt mit OK und werde jetzt erstmal diese Maske invertieren. Also ich klicke die Maske an, drücke STRG und I und schon ist alles wieder friedlich und gerettet. So, was möchten wir machen? Wir möchten jetzt erstmal einen orange-gelben Schimmer erstellen. Das heißt, ich doppelt klicke nochmal auf dieses Rot und wähle hier zum Beispiel so eine orange Farbe aus. Schön orange. So sieht es eigentlich ganz klasse aus. Nenne das dann auch Leuchtfarbe. Außerdem erstelle ich noch eine Ebene, eben auf dieselbe Art und Weise, wähle wieder Farbfläche aus, nehme diesmal ein weiß, gehe wieder auf die Maske, STRG und I und damit habe ich es dann invertiert. Das nenne ich dann Lichtpunkt. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Als erstes werden wir uns jetzt um das Leuchten der Lampe kümmern, um die Leuchtfarbe. Dazu wähle ich nun auch wieder einen Pinsel aus, wähle dann hier einen größeren Pinsel aus, sehr weich. So, ich halte wieder Alt gedrückt und die rechte Maustaste und ziehe. Und zwar ungefähr so groß. Wähle jetzt natürlich eine weiße Vordergrundfarbe, bin auf der Maske der Leuchtfarbe und platziere dieses kleine Kreuz in diesem Kreis genau dort, wo die Lampe sich befindet und klicke einmal. Schon haben wir dieses schöne gelb-orange und damit die Leuchtfarbe definiert. Damit sich das jetzt besser integriert, wählen wir dann bei aktiver Leuchtfarbe-Ebene hier oben den Ebenen-Modi aus, negativ multiplizieren. Ganz kurz für alle diejenigen, die diese Ebenen-Modi generell noch gar nicht so kennen. Diese Bereiche, die sind ja alle voneinander so abgetrennt durch eine Linie, diese Bereiche dunkeln ab, diese Bereiche hellen auf, diese Bereiche kombinieren beides, also die sorgen eigentlich für Kontrast. Und das sind halt schon etwas komplexere Ebenen-Modi, die ich persönlich eigentlich fast nie benutze. Und diese betreffen dann so gesehen die Farben. Luminanz haben wir vorhin ja schon gesehen und in diesem Fall wählen wir aber negativ multiplizieren auf, weil das auffällt. Das heißt, in dem Moment fängt es schon richtig an zu leuchten. Allerdings sollte hier in der Mitte noch mehr Licht zu sehen sein. Da ist ja wirklich die brennende Lampe drin und deswegen wechseln wir jetzt zur Ebene Lichtpunkt. Und der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich schon vermuten, was wir vorhaben. Wir wählen wieder einen Pinsel, machen den diesmal kleiner. So ungefähr. Gehen dann wieder hier in die Mitte. Wollte ich ein bisschen größer, so ungefähr. Und klicken dort auch wieder. Können wir sogar öfters machen, ungefähr so. Dann vielleicht nochmal ein bisschen größer. Dafür die Deckkraft hier oben reduzieren. Sagen wir mal so etwa auf die Hälfte. Nochmal klicken. Und auf die Art und Weise haben wir jetzt schon die Lampe zum Glühen gebracht, wie man sieht. Das kann man immer weiter optimieren, bis man denkt, okay, es sieht jetzt realistisch aus. Ich kann zum Beispiel noch ein bisschen größer machen. Gehe mit der Deckkraft nochmal ein bisschen runter. Klicke nochmal. Und auf die Art und Weise kann man das Bild wirklich so anpassen, wie man möchte. Man kann natürlich diese Ebenen auch noch in ihrer Deckkraft reduzieren. Was ich aber allerdings nicht so wirklich empfehlen kann, weil das sieht dann schon ein bisschen eher gräulich aus, wie man hier sieht. Das passt vor allem auch bei dem weißen Lichtpunkt überhaupt nicht mehr. Das heißt, so bin ich zufrieden. Man kann das nachträglich, wie gesagt, noch anpassen. Und jetzt haben wir die Laterne zum Leuchten gebracht. Weiter geht's.